Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, dieses Set enthält, wie auf der Verpackung angegeben, einen Mixkrug, einen zerkleinerer Mühle, zwei Trinkflaschen für unterwegs, sowie zwei Messersätze, einmal mit zwei und einmal mit vier Klingen. Im Deckel des Mixkruges ist noch ein kleiner Messbecher für geringe Mengenabmissungen wie zum Beispiel für Cocktails üblich. Leider ist auf dem Mixkrug selbst nur eine Skala für drei Mengen, 250 ml, 500 ml und 800 ml. Sollte man eine andere Menge benötigen muss man einen zusätzlichen Messbecher verwenden. Die Verarbeitung wirkt auf den ersten Blick schon mal sehr ordentlich, der Motorblock ist solide und der Edelstahl wirkt stilvoll in der Küche. Die Gummifüße haben einen sehr guten und stabilen Stand auf der Oberfläche der Küchenzeile. Der Mixer rutscht auch auf voller Drehstufe nicht herum. Das Gerät hat insgesamt eine angenehme Größe, lässt sich auch leicht mal irgendwo hin mitnehmen oder zum Beispiel in der Arbeit verwenden, weil er nicht viel Platz braucht und leicht irgendwo verstaut werden kann. Die Einsatzmöglichkeiten des Mixers sind in der Gebrauchsanleitung genau definiert. Es dürfen keine heißen Flüssigkeiten wie zum Beispiel Suppen eingefüllt werden. Maximal lauwarm wird erlaubt, da sonst die Gefahr besteht, dass die Kunststoffbecherrisse bekommen oder zerbrechen. Früchte und Obst müssen vor dem Zerkleinern entkernt werden. Das Gerät ist ebenfalls nicht geeignet zum Entsaften, für das Aufschlagen von Eiern, für das Mixen von festem Teig, zum Pürieren von gekochten Kartoffeln oder zur Herstellung von Hackfleisch. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.